So, damit willkommen zurück. Los geht drei. Also wir wissen jetzt, dass die Tochter da unten drin ist und mal schauen. Ja, eigentlich wollte ich wissen, was da Sache ist. Boah, von mir war es dann fragt, ne? Hier bin ich der Goblins vom Palt schon angeführt und von Burgways flankiert. Das sind wahrscheinlich die komischen Hunde, ne? Eine genaue Beschreibung liefern. Verwandelte Devas. Ja, ist er auch so rot, ein Traher oder auch kein Traher? Ja. Das war ja auch noch. Skandal. Mit der Teile in die Zunge. Aber glaube, der Goblins, ja, die glauben halt daran, ne? Ja. Ja. Und wartet. Warum habt ihr einen Traher erwähnt? Äh, das ist eigentlich, ja, aber... Oh, never you mind. Who needs mercy when you've a quick tongue, hm? And an invisibility potion stashed in your back pocket. Until we meet again. Und, echt Bock hat's dran, okay. Okay, okay, okay. So, was macht ihr hier? Was habt ihr zu den Vogeln gesagt? Oh Gott. So weit, Alter. Find Annetti in her room. Through the carved door. Deeper in the grove. Hä? The ritual is Korgas decision. But she is not our leader. Master Helson welcomed the refugees in. I wait for him to resolve this. Hold your tongue. The bird knows. She needs to know. You do not. Hm, verdächtig. Überzeugen, ich hab euren Hain. Ja, komm, wir machen mal hier safe. Könnten wir kurz zurückladen, falls es nicht klappt. Wir haben es ja mitbekommen mit dem, ein, ein, Gehirnschinder. Oder Gedankenschinder. Acht. Äh, sieben. Plus vier. Ja, easy. I... Forgive me. It is not you, I fear. It is my brethren. More follow Korgas every day. They are afraid and she offers a simple solution. Eject the refugees and we will be safe. Okay, hat sie Unrecht? Klingt, als müsste sie aufgehalten werden. Äh. Ja. Perhaps not. But that does not make it right. Only Master Halsin can stop this. I pray my bird returns with news of him. If not, I fear for my people. Was ist mit Halsem passiert? He left with the adventurers. They went treasure hunting in an old temple near here. Master Halsin did not chase treasure. I do not know what he was chasing. But he never returned. Okay. Pfff. Okay. Pfff. 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 Er legt hier Gold rein. Können wir theoretisch wegnehmen. Aber es ist halt rot. Das sollte man natürlich doch nicht machen. Oh. Was ist mit ihm hier? Super. Mh. Ein Fisch. Nimm den Aufzug werfen. Okay. Dann fahren wir mal da hoch. Ach. Sind wir aber mal schon. Okay. Alles klar. Da war der Bär. Ja. Hier haben wir eine Angel. Und noch einen Fisch. Okay. Wo geht es hier hinten hin? Das ist ein. Das ist ein. Das ist ein. Das ist ein. Nein, das funktioniert nicht. Das ist nicht so. Das ist so. Dramatisch. Also ich muss erst mal Gitarre stimmen. Würdet ihr bitte still sein? Okay. Unsere Laute sind nicht so toll. Das ist so. Okay. Sie muss aber auch noch üben. So. Veränderung? Nein! Verdammt! Was ich nur beschelfen kann. Wir können zusammen spielen. Wir speichern. Mit ihr mitspielen. Oh, 15. 19. Mit ihrem Takt bleiben. Wir speichern wieder. Jetzt sind es nur noch 10. Das heisst aber noch nichts. Okay. Schön. Keine Sorge. Leint euch ruhig aus. Ein schönes Lied. Ein paar Tränen wert. Kein Problem. Noch einen Feinschliff. So lieblich. So heinartig. Okay. Ja, ich würde sagen, die Lehrerin würde wahrscheinlich jetzt stolz auf sie sein. Ja. Sie würde mich schreien für diesen klunkigen Vers. Und würde mich spielen, meine Finger waren roh. Und das ist genau was ich mache. Ich würde mich schreien. Die weeping dawn. Für sie. Bleib die Lut. Bitte. Du hast es gewonnen. Ich habe einen langen Weg zu gehen. Aber danke. Ich brauche das. Ich brauche das. Gegenstand erhalten. Eine Laute. Tun wir doch hier rein. Dann. Gib mir ihm noch. Erstmal hier rüber. Da. Ich glaube er kann auch spielen. Ich bin mir da nicht sicher. Sie weiß ich nicht genau. Metallhandschuhe. Hier. Hier. Okay. Und was haben wir noch? Nichts weiter. Die Angel. Können wir behalten. So. Oh, eine Kiste. Verschlossen. Oh, die Totalmärkte. Wave tatsächlich. Der Dawg. Die Gott. Das襟 ist da. Ich kann sogar begrüßen. Die Lieder jedenfalls, wenn du einen Verbündung badischer Inspiration inspirierst, dann hältst du außerdem 1 bis 6 Trefferpunkte zurück. Okay, ausrüsten. Wir haben einen neuen Hut. Sieht gar nicht mehr schlecht aus. So, jetzt schauen wir uns doch hinten mal an. Das singt da noch? Oh, das ist ein Kind. Oh, das ist ein Kind. Ach, wie heißen die? Weißt du, wo sie singen am Meer und dann, ne? Weißt schon. Ich glaube, dass... Wie soll das Kind mal hier? Ja, ja, das schon, aber es ist gefährlich. Können Sie den Rhythm mitlaufen? Ich höre nichts, kommt zurück zum Ufer. Oh, nein, nein. Es ist nur ein bisschen Wasser. Ich will nur hören. Nur ein bisschen näher. Ja, das war mir klar. Ja, das war mir klar. Was ist das? Was ist das? Ich habe dein Kopf, Harpy. Das war mir klar. Ja. Ja. Ha ha! Kannst du nicht aufhören. Bleed für mich. Take care! Nothing will stand in my way. Then you can take meals. Take care! What is this? I will have your head, Harpy. Spill some blood. I'm ready. Let me strike true. What happened? Time to push my luck again. On my way. I'm ready. Bis zum nächsten Mal. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Was ist das? Ich werde dein Kopf machen, Harpy. Ich bin bereit. 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 ausbezahlt, weil Götter, das ist so seltsam, das zu schreiben. Weil sie einen Hexenmeister brauchten, weil sie mich brauchten. Also er war anscheinend Hexenmeister. Ich beleg das Angebot des Campinos ein. Ich sage nicht, dass ich keine Wahl hatte, weil das gelogen wäre, aber ich bereue es nicht. Ich bin ein neuer Mann, fühle mich zum ersten Mal im Leben stark, abgesehen davon, dass ich in der Nacht durch den Geruch von Schwefel erwachte. Ich habe keinen Grund zur Klage. Er kommt vorbei, um zu sehen, wie alles läuft. Wenn du nicht auf diesen Brief antwortest, verstehe ich das. Und wenn du nicht willst, dass ich zurückkomme, dass ich zurückkomme, nehme ich mal an. Nun auch, das verstehe ich. Ich liebe dich, Myriam, mich glücklich bist. Lala, Edmund. Oh, Röntgensprühenden Farben. Ein Illusionszauber, Illusionszauber des ersten Grades. Ich glaube, das wäre es für unseren, den hier. Oh, als Paket, das wäre gut. Knochen, das können wir hier fahren. Fahren und den Rest nochmal so mit. Okay. Ja, cool. Äh, au. Ja gut, die kommen jetzt nicht, weil die den Weg nicht kennen, oder? Gut, wenn wir das nochmal hier hinspringen, bitte. Und dann hier hinspringen, bitte. Blut. Ja. Gut, diesen Ring. Dann kriegst du Würschlein. Sonst haben wir nichts Neues bekommen, ne? Hier den Schädel, den kommen wir hier rüber. Das Langschwert kann man eigentlich aufkaufen. Oh. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis daheim. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.